Also ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Ich werde tatsächlich krank. Ich spüre es in allen Knochen. Am besten rufe ich gleich mal an, dass ich morgen nicht zur Arbeit kommen kann. Achso, daher wird der Wind. Wer will jemand blau machen? Ach Quatsch, darum geht's doch überhaupt nicht. Oh Mann, das ist echt arm. Hör mal zu, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht einen Tag wegen Krankheit gefehlt. Echt? Tatsächlich? Ja, direkt immer so ein, zwei Wochen. So Sachen geht's.